Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Modern Warfare Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein Klassen Setup von der PP13 Bison und zwar habe ich hier zwei Gameplays für euch am Start und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ansonsten kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Klassen Setup und allgemein Modern Warfare Videos verpasst und kommen wir direkt mal zum Klassen Setup. Also als erstes muss ich sagen, dass ich mit dieser Klasse im Spezialisten Modus unterwegs bin und zwar habe ich hier als extra Eiltempo, dann Geist und dann Schrapnel und dann natürlich als Spezialisten Extras habe ich als erstes den Fährtenleser, dann Plünderer und Kaltblütig und ich muss sagen, ich komme mit diesen Extras ganz gut zurecht. Natürlich kann man die Extras variieren, wie man möchte. Natürlich kann man auch Overkill und so benutzen oder irgendwelche anderen Sachen, aber ich benutze sie. Dann habe ich als Primär Annäherungsmine und als zweites Stim und dann kommen wir gleich mal zur Waffe und zwar habe ich als erstes bei der Mündung einen Schalldämpfer und beim zweiten, also beim Lauf, habe ich den 8,7 Stahllauf, dann kein Laser, kein Visier, Schaft habe ich drin, aber ohne Schaft halt, Bewegungstempo plus ZV-Geschwindigkeit und extra natürlich Fingerfertigkeit für schneller Nachladen und Griff habe ich, das erste Griff, granuliertes Griffband und ja, das war es eigentlich. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Escobar und Peace. Du bist unten in die Halle. Ja. Der Hüpf raus schießt mich über den Haufen, Alter. Oh, 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 oh. Ich hab deine Hüpfung gerettet. Hier sind die Ferro. Oh, 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 oh. Spezialisten Bonus Geil, 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 geil So muss sein So stelle ich mir das vor Und nicht anders Oh mein Gott, Alter Nein, ich bin vom Auto verreckt Erstmal übergeben Aber ich war bestimmt auf 13er Street Oh Gott, war geil Hast du schon mal diese Dings bekommen, wie heißt das, diese Nuke oder wie? Nein, da brauchst du ja 25, nein 30, 25 oder 30 Kills ohne zu sterben Und das hast du auch schon mal gehabt? Nein, also ich war gerade 10 davor Pass auf, da ist links von dir ein Das kann sein, der kommt auch von hier oben Über die Wand Über der Wand Alle drei da hinten, alle drei 14 links Verbündet der Marsch, Lukas, gestartet Du waren alle links, sagst du? Probieren wir mal was Das ist leider niemand außer den da hinten Aber es wird schwer, den zu treffen Lade nach Er treffe nicht, ich treffe nicht Muss groß Kein Badost Oh mein Gott, ich habe ihn so erniedrigt So erniedrigt Verbündete Vorräte unterwegs Oh fuck Jetzt höre ich jemanden Den habe ich Wer hat mich auch Den hätte ich auch. Genau so gefällt es mir. Exactly. Noch eine, dann müsst ihr die Spezialisten-Bonus haben. Noch eine. 7-0. Das ist ein starkes Ding. Hallo, Motherfucker. Der Gegner, der Gegner! Spezialisten-Bonus. Das Ding ist, ich check die Map nicht, aber ich gehe auf Rett voll ab. Lade nach! Scheiße, Digga. Was? Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Oh mein Gott Das Ball Das Ball